Herzlich Willkommen zurück zur Arbeitsfolge, Gemeinschaft Mega-Kraft Ich will mal kurz, äh, ja, Brain-Off-Card, ich, damit ich mal kurz, äh, ja, Gamer-Musik anmachen muss. Mhm. So. Ja. Wir haben jetzt schon über 1000 Yu Yu Metal wieder. Ich nehme mal jetzt das Yu Yu Metal aus meinem ME-System mit, okay? Na. Warte, jetzt suchen wir mal eben nach, uh, 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 dann kann ich jetzt mich so langen Schuss gedrückt halten. Was brauch ich? So warte, komm, okay, boh. So, freust du dich schon? Hä, warum gibt's hier keine Musik? Achso, jetzt. Ja, Andi? Ja. So, ich hab jetzt das Ganze im Moment, aber ich wollte, ich hab grad mal... ...dunsten. Irgendein Spinn, das ist grad um, ich kann nichts abbauen. Krass. Hä, Boden geht abbauen, aber Wand nicht. Ich kann gleich mal eben gucken. Okay. Ich hab jetzt gleich das komplette Inventar voll mit Yu Yu Metal. Warte. Oder ich tu das jetzt erstmal hier zurück ins ME-System, okay? Hä, krass. Wo denn? Ich kann keine Blades abbauen, irgendwie grad. Wo bist du? Hier. Warte. Warte. Wo? Äh, die hier, nicht weg. Welche? Die? Ja, direkt in die Messe, äh, in die nächsten... Ja, Messe weiter. Warte. Und die neben... D1 nebendran muss ich auch wegkriegen, ja. So passt. Und das mach ich grad mit OP nur. Ja, du musst nicht alle wegmachen, die hätte ich noch gebraucht. Damit die mal schnell... Ich hab das nur mal schnell wieder gemacht, damit du überhaupt was hast. So. So, muss ich hier einbuddeln. Alter, mal wieder kurze Legs. Hier einbuddeln. Ich relog mal kurz. So. Server Closed. Was? Der Server ist gecrashed. Loll. Dann müssen wir uns warten, bis es wieder angeht. Start. Du kommst erst drauf, wenn ich's dir sag, okay? Ja. Ich muss nicht wundern, dass hier zweimal der Server drin ist. Das ist einmal Neu-IP und einmal Alter-IP. So, die Alter-IP kann man löschen jetzt. Oder? Ja. Alter, weißt du, wieviel Juju Meta wir gleich haben? Das Server ist, glaub ich, wieder online. So, ich guck. Jo, ich bin drauf. Bin auch drauf. Technik. Deswegen sind auch hier die ganzen Waypoints ein bisschen anders. Was hältst du denn von der Idee, dass ich das mache mit dem Level-Emitter? Vielleicht. Was heißt der denn vielleicht? Keine Ahnung. Weil dann könnte man das... Dann hat man immer eine konstante 200 Me-System. Und alles andere wird dann rausgezogen. Heißt, man hat auch hier keine Überproduktion. Weil wir haben... Oh! Der hat den ganzen Scrap-Box und so schon weg. Wir hatten gerade über 5 Fahrt Scrap. Und wir haben gleich 3000 Juju Meta. Und als ich runtergegangen bin, den hatten wir erst 2000. Hm. Ich hole mir jetzt ein Level mit dabei. Ich finde, dann sieht man halt, dass überhaupt was da ist. Perfekt. Ich habe jetzt einen Weg rausgefunden, von der EU herzustellen zwar mit einem Electrical Engine. Und jetzt kann ich meine Rolling Machine verwenden und mir die Eisendinger herstellen für die Schienen. Und... Ich kann gleich mal sagen, wie viel Strom du auch noch hast. Für diesen Monat. Du weißt ja, dass du nicht mehr unendlich hast. Ja, auch sich zahlen. Hm. Weil... Noch ist ja nicht klar, ob du genug Geld hast. Das ist nicht. So, ich tue mal eben schnell das Me-System. Hier, also das sieht zwar jetzt nicht schön aus, aber... Muss es das sein? Ich habe mal kurz gekappt, die Leitung. Ich komme an die Stadt Me-System, wie schnell das voll wird. Schnell. Hallo? Und ich habe gerade nicht irgendwie was zwischengespeichert. Das geht jetzt so sehr kündlich gerade nur. Was so, wo dann Tai? Jetzt brauche ich noch mehr Müll. Ich will mal eben testen, ob das insofern geht. Okay, wir haben schon überall zwei Sex drin. Jetzt gibt es noch mehr drin. Ich bin ja fast. Da ist da drin... Also, me-E-Wa doch richtig. So, ne-E-Kabel habe ich... Und willkommen, mal... Reo Sothea ich weiß nicht was das ist mal kurz hinterher und braucht es bei mir mal ist schnell statt im E-System in Sachen habe ich übertrieben ab er muss um die bisschen Schienen bauen so geht das zum mal gucken guck mal schnell nachher muss herstellen und ist und dann ist es immer kein Strom mehr also Kontrollerkonflikt ich hab nix gesagt noch ein Controller ist dann müssen wir es jetzt mal eben so weiter laufen lassen und ich sage von hier lassen wir es mal eben das Pottchen muss hier rein und zwar ich guck einmal ob man es bekommt was denn das kommt nicht in Ruhe wie schon gesagt ich hab nicht keine Ahnung so hier gibt es irgendwie so eine Pumpe und ich guck mal auf das spätes Tutorial an und macht dann so lange jetzt mit denen eine Kurschleiter im System wie viel Kabel wieder haben und das war eben nur 2 3 20 30 Kunden drin also maximal eine Minute nicht länger und ich mache euch hier ab und Quark macht so alles gut ob sich wie kann das starten ist und vor der Konflikt muss das doch noch mal um einen umlegen hier müsste das dann also nicht wundern dass ich hier grad schon quark mache ich versuche grad was mal bin mir nur nicht sicher inwiefern das jetzt klappt so und von hat mein Bruder nicht im Hintergrund ein bisschen Hast du Clay übrig oder? Brau für Bricks um einen Ofen zu machen, um einen bestimmten Goldbrand herzustellen. Ich hole mal einfach schnell welches. Ich fliege mal weiter weg. Ich glaube nicht. Okay, das klappt auch nicht so ganz, wie es soll. Ich kann eine Schienen herstellen. Also ein riesen Aufwand, um einfach da zu schienen herzustellen. Ah, Werbung? Ja, ja. Jetzt weiß ich, wie wir es machen. Wir können das doch mit dem Level im Mittag, glaube ich, machen. Werbung? Ah, kann ich aber nicht. Lecker. Hier, hier, hier. Ich habe jetzt die Erkrankung. Ich sage, das war ganz nett, da bist du da. Es war ganz nett, wenn du was mir sagen hast. Nein, das war ganz nett. Das war ganz nett. Du hast Du Steve Zack. Es war ganz nett, sehr nett. Jetzt, du hast du dich zu sehen. der es reicht noch von sich nur müssen ich habe auch 20 Stück schon ja was ist dann das hat 20 minuten gesagt 28 Prozent klärlich ist ein skeletti ich muss ein Portal gun irgendwann bauen oh fuck jetzt lex grad ordentlich ich habe gerade das doch erst richtig rum gemacht jetzt haben wir im Stück okay unser Start im E-System dürfte vielleicht kein Kabel mehr haben ich bin gleich bei der Stadt Jo aber das ist einfach das Haus und Kabel ähm ja glaub schon ich hatte ein so großes Baumhaus gebaut keine Ahnung ich glaube erkennt das Wort Leiter nicht so muss man was gucken zumal um was noch Kabel ähm nun Kabel 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 und so nicht ein in welches Hauptme Statt am liebten zu 2 27 Stück rein also jetzt noch 63 Stück bitte Stuttgart 6 Machen Kölner kann auch aus dem E-Terminal aus dem Eingangsorten weiß was jetzt passiert ist soll jetzt ein Fassel wie viel ist noch ein Stammes okay der tut leider alles exportieren was das heißt das ist nicht gut aber warte du jetzt noch mal was rein was ich hab ja hier noch ich tu mal eben was rein guck ähm Nico ich tue immer in 30 Stacks Kabel in deinem E-System tu mal erstmal davon also hab ich jetzt reingetan tu jetzt mal erstmal ähm 64 und 63 rein damit ich hier was testen kann Lafschalt wenn es drin ist 64 ist drin 63 ist auch noch rein jo sind jetzt drin ja jetzt tu noch mal eins rein ah der Leiter ist auf 125 runter gut dann aber ist das schon mal so besser ja jo wenn man was zu tun muss oder wie viel hat er freigetan weggetan drei Stück ja so warte ich tu jetzt auch noch mal drei rein äh ich tust was ich tue immer drei in deinem System nochmal tu jetzt noch mal erstmal ein rein ok wie viel haben wir dann ich tu ein rein tu mal bis auf 128 voll machen hab ich so jetzt sind 129 drin jetzt nochmal ein rein so wie viel ist rausgegangen äh da ist auch von 26 Runde gelehrt ist ja so ok oder vier Stück hat er raus ich finde das so ok oder ja so so soll ich jetzt mal nach dem Alter kommen und nächstes Mal mit seiner produktiv ach du scheiße ne 3.220 und guck mal wie viel Karten wir jetzt haben gerade die heftigen Pricks produzieren für meinen neuen Ofen weil jetzt ein Spezialofen und so Niko und dann würde ich sagen und wie lange machen wir wir sind bei drei 15 Minuten ok dann fang ich jetzt nämlich an zu zaubern ich habe meine Rezepte verschlammt glaube ich nur ah ne da ich hab sie wieder ähm wir waren bei 8. Rezept genau wir brauchen Werkbank Magie und Wolle Crafting Table habe ich ja genug so was habe ich gesagt Magie Magie nämlich da die ähm er schaut und Wolle Fairbanks Magie 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 ich hab' alles raus ich hab' mein nächstes Rezept so dann Magie jetzt im Papier Koffer und Schienen euch hat es noch drin sie sind Maggi Krupp Säbster und Papier wie schön sagt ich guck die ganze Zeit so leicht auf ein Spiel kann die ganz jetzt haben wir schon Tom und Mono ach scheiße ähm Papier, Erde, Kohle, Moosstein Papier Erde, Moosstein Kohle Magie hab ich noch R-Shart R-Shart gut und Redstone Repeater hab ich Kappels ähm Katzen, hast du genug für Redstone Repeater oder hast du euch hinüber was brauchst du hast du ein paar Redstone Repeater äh gar nicht ich mein die ging so mal gucken ob zum Stück reichen also als allererstes kommt Papier rein so dann kommt Erde was denn das genau dann kommt Kohle das war nämlich das war ich über Wochenende über die Schulwoche vermisst hat so ach so jetzt ähm mann R-Shart dann brauche ich den mit einer R-Shart Tempurs die haben wir hier 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 das war ja der Steinschmerz durch Kohle Hebel Strings das Trink das Trinkstrand das auch so lustig er sagt er ist nicht gesagt hast du noch Prozent und Sticks die du mir geben kannst ja wie viele mehr die ganze halten und leicht zu wenig wir sind doch ein Stück ich habe ja auch bei mir die immer welche geborgt zwischendurch ich jetzt dürfte ich ja ich habe immer vorher gefragt und ich auch schon Poli Hebel String habe ich noch genug er war so heißen die uns haben es soll sein das ist das Land und wir fahren gehen Prozent steigt der Klinik beteiligen müssen was sein Prozent die momentan man normaler Schaufel von was das wird sie ist vor allem an immer ich und im Technikraum in dem einen F-P-S unter so mit dem nicht so viele stunden von bauern zu sich noch zu viel besucher bei ihm und er hat ein schandler gefunden schaule es ist ok denn haus ist auch noch halbwegs drin gut das ok ich habe immer gucken wie fern um wir in schanker oder noch erweitern müssen aber ein haus noch um also nicht ein richtiges aus komplett so ein bisschen von einem haus noch so sind der anfangs dann also da wo man es weiter steht uns das reicht ja dann es war man ich sollte die vier unter machen mich in der sache bin das ist angst nämlich angst aber furchtbar ich in der sache meiner festgeben leicht runter also jetzt nicht einfach drunter aber leicht unter ich kann ja mal eben gucken weil wir haben das nächste seite komplett verzaubert als ich habe keine rezepte mehr fackfälschung fälscher seite kriegt ihr auch so briefe wenn ihr eure hausgaben vergessen habt dreimal sogar bis zum nachsitzen ja ich habe noch ein solcher und weihnachten liegen bei mir ist es so und wenn ich es sind neunmal vergesse muss ich nachsitzen ich habe glaube ich in allen fächern insgesamt es ist so extrem also sagen wir du hast jetzt in mathe zweimal vergessen in deutsch zweimal dann sind wir bei vier dann in englisch noch zweimal und dann in erdkunde und in Chemie ja dann muss ich schon nach oben ach du scheiße aber sprechen sich die Lehrer untereinander ab es wird ins Tagebuch eingetragen Leine Köln ist für das natürlich von dem Radieren und 20 Minuten aber ich werde schnell den Timer hinbauen ja was ich will auch noch mal kurz nach Hause weil ich will mit dem noch gar nicht gemacht und ich sterbe ich in Lava mit der Lieblingsgrenze nach hinten durch aus der Fall sein gut um ich sammle noch mal kurz sehr ein ja wir können wir müssen zwei Minuten aufnehmen dann habe ich auch schon alles und ich muss doch auch mal eben den Laser ein bisschen erweiteren soll ich sagen warum sonst ist meine Fahrt nicht drin so jetzt ist aber auch viel mehr von der also nicht viel mehr von einem Haus sondern ein bisschen mehr von der Musik 6 oder wurde nicht kenne ich immer her ja die Bietersleisten Musik aha ich kuh Pastor von der Zunebaut so kommst du so weiter und ich sage auch mit dem Rezept nämlich in der nächsten er war es auch schonmals aufgebaut muss danach nur noch genau ich könnte schon mal dieses andere Rezept herausnehmen könnte das sein äh ich hab Schatz sie wirst bestimmt gleich haben wir geb ich dir bester in der nächsten Folge äh kannst du ein Haupt-ME gleich tun gib erst die nächste Folge ok bis zum nächsten Mal und ciao tschuuu